Traum-Gewusstsein Warum nenne ich das überhaupt Lucid Living? Man könnte auch einfach sagen, Bewusstsein am Tag. Aber ich finde es, lucid oder lucides Leben, ich finde dieser Begriff lucid ist sehr interessant und der kann einem irgendwie mehr Perspektiven eröffnen, als einfach nur Bewusstsein. Weil durch die Beschäftigung mit den Klarträumen hat man schon irgendwie vielleicht auch einen größeren Zugang dazu, was Bewusstsein alles bedeuten kann. Deshalb finde ich, lucidität ist ein cooler Begriff und das, ja, den erkläre ich gleich noch ein bisschen. Zuerst mal noch wollte ich noch was zu so einem Bergleichnis sagen. Ne. Ich sage erstmal was zur Umfrage nochmal. Umfrage. Nur so ein kleiner Hinweis. Es gibt sie noch und ihr könnt noch dran teilnehmen. Bei dem Bergleichnis habe ich gesagt, es ging darum, dass man eine besonders starke Bestimmung spürt. Also sozusagen ein bestimmtes Ziel hat, die Klarheit im Leben oder so, die Klarheit allgemein, dass es so stark ist, dieses Ziel, dass man alles dafür irgendwie investiert, dass man alles, was im Leben passiert, was man so macht, darauf bezogen werden kann. Aber es ist natürlich nicht so, dass man diese Bestimmung unbedingt hat. Und man kann sie sich auch nicht erzwingen. Bei Lucid Living geht es meiner Meinung nach nicht unbedingt darum, dass man diese Bestimmung schon hat, sondern es ist auch schon der Weg dorthin. Das heißt, wenn ich anfange, mir einfach mal Gedanken darüber zu machen, was Klarheit in meinem Wachleben bedeuten könnte, wenn ich erste Erfahrungen damit mache, dann kann das auch dazu führen, dass ich diesen starken Wunsch nach noch mehr Klarheit entwickle. Da brauche ich noch gar nicht so einen starken Wunsch danach am Anfang zu haben. Hier Klarheit. Also was ich damit sagen will, das verstärkt sich gegenseitig. Hier haben wir vielleicht noch andere Sachen. Klar, Träume, Lucid Living und alles mögliche. Das heißt, es ist natürlich cool, wenn man schon von Anfang an oder wenn man schon bereits soweit gekommen ist, dass man diese starke Bestimmung spürt. Weil dann kommt man sehr weit, dann kann man sehr viel einfach in diese Richtungchen machen. Jedoch reicht es auch aus, wenn man einfach nur daran interessiert ist, das mal kennenzulernen, sich mal darüber Gedanken zu machen. Und der nächste Punkt wäre vielleicht, dass man sich fragt, was nutzt das überhaupt? Wozu überhaupt dieses Lucid Living? Und da gibt es aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Zum einen, wie man auch hier schon sieht, beeinflusst Lucid Living, dieses Gefühl von Bestimmung und die Suche nach Klarheit wird dann so groß, dass man dadurch auch sich in den Träumen damit befasst. Und dass dann auch zwangsläufig mehr Klarträume dabei herauskommen oder auch andere, ansonsten interessante Träume, die irgendwie mit Klarheit zu tun haben, mit dem, was im eigenen Leben gerade so von Bedeutung ist. Das ist der eine Nutzen. Aber andererseits, wie gesagt, die Beschäftigung mit den Klarträumen führt auch erst dazu, oder führt unter anderem dazu, dass man überhaupt Klarheit besser verstehen kann. Und, naja, das ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Und die Klarträume können natürlich auch dafür verwendet werden, dass man die Dinge angeht, im Traum oder auch danach, die fürs Leben notwendig sind, die einem fürs Leben wichtig sind. Das heißt, die Klarträume können natürlich auch die Klarheit im Wachleben steigern. Und ein dritter Punkt ist ganz einfach, dass das Lucid Living leichter ist, zum Teil, als das Klarträumen. Zum Klarträumen braucht man zuerst einmal einen Traum, dann muss man sich auch noch bewusst werden, um überhaupt mit dem Traum arbeiten zu können. Und dann muss man natürlich so bewusst sein, ja, das stelle ich mal durch diese Vergrößerung oder so da, dass man in der Lage ist, auch irgendwie was Sinnvolles in diesem Klartraum zu machen. Und ich denke, das Träumen und das Klarträumen ist eine Kunst, die hohe Anforderungen stellt. Manchen Leuten fällt es vielleicht leicht, aber andere Leute, die brauchen dafür erst einige dann Vorbereitung. Das ist nicht einfach so wie Fahrradfahren, sondern, das hatte ich mal so als Beispiel gebracht, das ist vielleicht eher so, wie wenn man versucht mit dem Fahrrad... Ähm, ne, das ist kein Fahrrad, ne, das ist eine Schubkarre. ...wie wenn man versucht mit einer Schubkarre auf einem Seil zu balancieren. Na, hier oben bist du. Und gleichzeitig durch Feuerreifen zu springen. Also, damit will ich einfach nur sagen, das Klarträumen hat viel höhere Anforderungen als andere Sachen. Es ist viel schwieriger. Und deswegen sollte man sich nicht die Illusion machen und zu glauben, dass man könnte Klarträumen so ganz einfach lernen. Es ist natürlich so, dass man recht schnell lernen kann, einen ersten Klartraum und auch folgende Klarträume zu haben. Aber es ist schwieriger zu lernen, dass man in diesen Klarträumen dann auch was Sinnvolles anstellen kann, dass man viele Klarträume hat und so weiter. Und leichter ist es, wenn man sozusagen Vorübungen macht. So könnte man es nennen. Man könnte es auch Nachübungen nennen. Diese Vorübungen bestehen einfach darin, dass man Dinge tut, die man so ähnlich auch im Traum tun würde. Ein ganz bekanntes Beispiel ist ja auch dieses Tagträumen. Das ist die Tagtraum-Methode, in der man sich schon vorstellt, man wäre klar und wie man jetzt handeln würde, wenn man klar wäre in diesem Traum. Obwohl es jetzt gerade eigentlich nur ein Tagtraum ist, wo man sich das alles nur vorstellt und es noch kein richtiger Traum ist, beeinflusst das natürlich dann doch irgendwann den Traum, wenn man das viel macht und wenn das einen begeistert. Was weniger vielleicht für das Klarträumen bekannt ist, ist zum Beispiel das Denken. Also ich nenne das mal lucid thinking oder einfach luzides Denken. Bedeutet, man kann seine Gedanken beobachten. Man beobachtet, wie es eigentlich dazu kommt, dass man bestimmte Gedankengänge hat oder man bemerkt überhaupt erst mal, dass man sie hat. Und dann kann man sich solche Fragen stellen wie, muss ich denn jetzt genau auf die Art und Weise denken, wie ich das immer so mache? Kann ich da nicht auch sowas wie Handlungsfreiheit, Handlungskompetenz haben, analog zum Klarträumen, wo man ja auch versucht, den Traum auf einmal zu beeinflussen? Oder man versucht vielleicht nicht, die Gedanken zu steuern, sondern man versucht sie einfach nur zu verstehen. Wie kommen die Gedanken auf? Welche Impulse führen dazu, dass diese Gedanken entstehen? Oder dass bestimmte Assoziationsketten ablaufen? Erst einmal das überhaupt zu beobachten, ja? Weil meistens läuft das ja unbewusst, aber man merkt es gar nicht. Also auch am Tag ist man extrem trübe. Und diese ganzen Assoziationsketten, die könnten ja auch alle in ganz verschiedene Richtungen laufen. Und dann ist es doch interessant, sich zu fragen, warum wird jetzt hier der ganz spezielle Assoziationsweg gewählt, der halt gewählt wird und der am Ende sozusagen den Gedanken hervorbringt, den man dann hat. Sowas zu beobachten ist einfach interessant und spannend, aber es bringt natürlich auch was für die Klarträumerei zum Beispiel, aber auch für die Klarheit im Leben überhaupt, dass man seinen Geist kennenlernt, und dass man weiß, an welchen Mustern das funktioniert, was es da so für Auslöser gibt, die bestimmte Weichenstellen, bestimmte scheinbare Möglichkeiten vorgeben. Und dass man dadurch dann auch in der Lage ist, ja, den Prozess zu beeinflussen. Dass man plötzlich in eine andere Richtung denkt, die ja vielleicht neu für einen ist oder die einen zu anderen Sichtweisen bringt. Genauso kann man auch seine Gefühle beobachten. Ja, wieso fühle ich mich jetzt so? Wodurch ist dieses Gefühl entstanden? Vielleicht auch, was ist so die Berechtigung dieses Gefühls? Man muss ja nicht immer gleich versuchen, alles zu verändern und zu beeinflussen, sondern man kann sich auch erstmal fragen, was ist daran denn so die Berechtigung? Man kann genauso gut auch Gespräche analysieren, beziehungsweise nicht nur analysieren, sondern einfach beobachten. Wenn man sich mit Leuten unterhält, das ist ja so ähnlich wie beim Denken auch. Man, also ich habe mir hier noch ein L für Luzid dazu, man steckt so in bestimmten Mustern fest und das läuft oft irgendwie unbewusst ab. Dann hat man ein bestimmtes Gesprächsthema. Ja, dann spricht man über das Thema A und man merkt das gar nicht. Und irgendwie passiert es, dass man dann plötzlich bei einem ganz anderen Thema D ist. Man hat gar nicht so... Manchmal weiß man gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Manchmal kann man es rekapitulieren. Das geht dann schon in die Richtung luzides Gespräch führen, wenn man das im Nachhinein betrachtet. Und dann sieht man vielleicht die einzelnen Stationen, die das Thema genommen hat. Und wenn man das tut, dann ist man eben auch in der Lage, einen Bogen in Kreis zu schließen, einen Bogen zurückzuspannen, damit man das Ursprungsthema, damit man sich fragen kann, Ist das Ursprungsthema jetzt eigentlich bereits vollständig behandelt worden? Habe ich hier jetzt tatsächlich eine Erkenntnis draus gewonnen? Ja, weil oft ist es auch so, man führt irgendwelche Gespräche und das führt einen irgendwo hin, wo man am Ende vielleicht gar nicht sein wollte. Plötzlich wird man zugelabert oder man labert jemand anderen zu. Man unterhält sich einfach nur. Man hat einen netten Plausch gehabt, aber am Ende steht einfach die Frage da, was hat mir das Gespräch eigentlich gebracht? Oft ist es so, wenn man was mit Leuten erlebt hat, dann erinnert man sich an die Dinge, die man getan hat, aber nicht an die Dinge, die man miteinander gesprochen hat. An die Gespräche erinnert man sich eher selten. Und wenn man sich daran erinnert, dann ist es oft so, ja, die Frage, was hat das Gespräch denn so wirklich Neues gebracht? Oder was hat das Gespräch gebracht? Was ist so das Tolle gewesen an dem ganzen Treffen? Nur, das war eher so das Gesamterlebnis. Gespräche können auch extrem viel bringen, aber oft ist es doch so im Alltag, dass es nicht so läuft. Genauso ist es auch mit den Gedanken. Dieser Baum sieht fast aus wie Afrika. Die Gedanken, die laufen auch oft in so unbewussten, trüben Bahnen ab. Man merkt gar nicht, worüber man nachdenkt und wie unproduktiv man eigentlich denkt. Man denkt immer wieder auf dieselbe Art und Weise, weil das einfach so die gewohnte Art zu denken ist. Genauso auch die Gespräche. Und das bringt nichts für die Beziehung und das bringt nichts für die einzelnen Personen, für die einzelnen Gesprächspartner. Und deshalb finde ich, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man das alles beobachtet und am Ende sich diese Frage stellen kann. Weil dann kann man den Kreis schließen, dann kann man ausbrechen aus diesem ewigen Kreislauf der Sinnlosigkeit und man kann plötzlich anfangen, sinnvolle Gespräche zu führen oder Gespräche auf irgendwas hin zurückzuführen, das einem mehr bringt. Und bei Lucid Living geht das eben darum. Da hat man die verschiedenen Dinge, die man so am Tag erlebt und tut und das sind alles unterschiedliche Sachen. Also in allgemeinen Handlungen, alle Handlungen, die man tut, auch so insgesamt die ganze Lebensplanung vielleicht oder der Lebensweg, den man geht, aber auch kleinere Sachen wie zum Beispiel, dass man gerade unterwegs ist mit dem Auto. Das alles kann man analysieren oder beobachten und bewusst merken, was man da eigentlich gerade tut und in welchem Zustand man überhaupt ist. Und das hilft einem, sich selbst zu verstehen. Hier generiert man dann plötzlich eine Erkenntnis. Ich zum Beispiel, versteht man dann, man hat bestimmte Impulse, irgendwie zu handeln, zu denken, zu reden. Sachen, die einem vielleicht nicht gefallen, aber so ist man halt. Und dann kann man das feststellen und sich eingestehen, so bin ich. Und sich vielleicht auch fragen, woher kommt das? Und dann findet man vielleicht irgendwelche Erinnerungen, die dazu geführt haben, also Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass man sich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat und dass man bestimmte Lösungsstrategien einfach gefunden hat, an die man sich dann irgendwann gewöhnt hat, die dann plötzlich normal geworden sind. Die Frage ist nur dann am Ende, ob das sinnvoll ist, ob das wirklich, ja, ob die Handlungen und so, ob die wirklich das bieten, was man im Leben erreichen möchte oder ob die Gedanken, die man hat, vielleicht auch die Sichtweisen, die man hat, wirklich die Welt so beschreiben, wie sie ist oder wie man sie auch erlebt. ich hab die hier mal dazu so realistisch oder einfach angemessen, ne? Und das kann man sich dann fragen und dann, wenn man das versteht, dann kann man es auch beeinflussen. Also wir haben jetzt hier, äh, ich nehme irgendwie zu viele Farben, glaube ich, wir haben jetzt gesehen, es gibt verschiedene Kriterien und das lernen wir durch das Klarträumen. Wir haben uns mit Klarträumen beschäftigt, vielleicht ein paar gehabt und da lernen wir, es gibt hier verschiedene Kriterien für Bewusstsein im Traum und das können wir übertragen, übertragen aufs Leben. Wir haben die Kriterien, Kriterien, das sind zum Beispiel, ich bin mir bewusst über den, ähm, über den Zustand, in dem ich gerade bin. Im Traum heißt das, ich weiß, dass ich gar nicht träume. Aber es fängt nicht damit an. Es fängt eigentlich damit an, dass ich, dass ich denke, ich bin wach. Aber ich frage mich, ob ich wirklich wach bin. Das heißt, es fängt eigentlich an mit dem Hinterfragen, außer man landet anders im Klartraum mit dem Hinterfragen der Realität. So, das ist das erste Kriterium. Zweites Kriterium, Handlungsfreiheit. Das ist das, was natürlich auch die meisten Anfänger gerne wollen, warum sie mit dem Klarträumen anfangen. Ich schreibe sehr schludrig, aber man hört ja, was ich sage. Es ist einfach, dass man diese Freiheit haben möchte, alles zu tun, was man tun möchte. Und das hat mit der Bewusstheit über den Zustand zu tun, denn dadurch, dass man weiß, man träumt, weiß man auch, es ist alles möglich. Alles möglich. Alles ist möglich, klingt vielleicht grammatikalisch korrekt an. Und durch diese Handlungsfreiheit, die kann man auch im Wachleben haben. Nächstes Kriterium ist das Verstehen. Im Traum bedeutet, dass ich verstehe, was dazu führt, dass ich etwas bestimmtes träume. Ich verstehe die Bedeutung vom Traum. mal hier grün Bedeutung für mein Leben oder ich verstehe einfach die Ursachen, die Impulse. Und ich verstehe sie nicht nur, sondern ich kann sie plötzlich spüren. Und wenn ich in der Lage bin, die zu spüren, dann habe ich auch wieder mehr Handlungsfreiheit. Denn allein zu wissen, dass ich gerade träume, das wissen wir ja, das reicht nicht, um Handlungsfreiheit zu haben. Man muss auch diesen emotionalen oder diesen geistigen Zugang haben zu diesem Wissen, dass alles möglich ist. Und die ganzen Blockaden, die da reinkommen, das kann man vielleicht hier noch mit zuschreiben, die wie die auftauchen, sodass man sie auch beenden kann. Denn wenn man die Blockaden einfach nur bekämpft, dann werden sie nicht wirklich aufgehalten, dann kommen einfach neue. Das heißt, wenn man sie aber versteht, wenn man sich hineinfühlen kann in diese Blockaden, dann spürt man, wie man sie selber erzeugt oder wie sie erzeugt werden durch bestimmte Erlebnisse, die man hatte. Und dann kann sich das auch lösen. Dann weiß man, das ist ja gar nicht so, dass das sein muss. Das ist nur eine bestimmte Reaktion, die vielleicht früher irgendwann mal zu einer bestimmten Situation angemessen war, aber mittlerweile nicht mehr. Das heißt, jetzt kann ich das beenden und habe mehr Handlungsfreiheit. Und diese Handlungsfreiheit führt natürlich auch dazu, genauso wie das Bewusstsein, dass ich mehr über mich verstehen und herausfinden kann. Denn wenn ich weiß, dass ich träume, dass mir nichts passieren kann, dann gehe ich mehr Wagnisse ein. Dann sagen wir mal, wir haben mehr Mut oder es gibt weniger Probleme, weniger Ängste, irgendwas zu versuchen. Und dann kann man natürlich sehr gewagt einfach mal irgendwelche Leute ansprechen oder irgendwelche Impulse einfach mal ausführen und gucken, was dabei rauskommt oder herausfinden, was für ein Gefühl dabei entsteht und dadurch auch mehr über sich erfahren. So, jetzt haben wir die drei Kriterien, Bewusstsein über den Zustand, die Handlungsfreiheit und das Verstehen, das wir sowohl im Traum haben können, als auch im Wachleben. Dazu kommt vielleicht dann noch ein weiteres Kriterium, das ist das Erinnern und Wahrnehmen. Packe ich mal zusammen, auch wenn man es trennen könnte. das heißt im Traum, im Klartraum weiß man zum Beispiel wer man im Wachleben ist. Das ist jetzt zumindest ein Kriterium für höhere Klarheit, dass man weiß, wer man im Wachleben ist, was man sich vorgenommen hat. Dass man einfach diese Verbindung zwischen Traum und Wachleben findet. Genauso mit der Wahrnehmung. Man hat plötzlich eine schärfere Wahrnehmung, weil man die Details betrachten kann. Man erlebt das nicht alles wie ein Film. Ja, das hat natürlich auch mit der Handlungsfreiheit zu tun. Hier kommen jetzt Millionen Pfeile, die alles schön unübersichtlich machen. Details kann man sich einfach genauer anschauen. Man regt sich das alles ein, weil man einfach gegenwärtig ist. Was dann auch später dazu führt, dass man sich wieder besser daran erinnern kann. So, und jetzt möchte ich mal ein Beispiel bringen, damit das nicht so abstrakt bleibt, wie man sich das denn vorstellen kann, dass das im Leben so ähnlich wie im Traum abläuft. Das ist nicht so wie im Traum nicht so wie im Traum nicht so wie im Traum nicht so wie im Untertitelung des ZDF, 2020